Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Kaulitz und Kaulitz, die Netflix-Doku-Reality-Show der Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz, mit denen ich ja quasi aufgewachsen bin. 2005 hatten sie ihren Durchbruch mit Durch den Monsuren und ich war jetzt nie ein Fan, aber ich fand die auch nie furchtbar. Ich fand das immer so ganz interessant und spannend, das mitzuverfolgen. Und ja, durch den Monsuren können glaube ich fast alle mitsingen, ob man den jetzt mag, den Song oder nicht. Durchaus ein Hit gewesen und die Band war weltweit erfolgreich und zumindest von 2005 bis 2010 auch kaum wegzudenken. Eine enorme Fanbase, die sehr, sehr lautstark die Konzerte besuchte und ich fand das eigentlich immer so ganz interessant, das Ganze zu beobachten. Auch Tom Kaulitz ist so ähnlich wie ich rumgelaufen, so in diesem Hip-Hop-Style, da waren wir eigentlich immer sehr sympathisch, ist ja jetzt mit Heidi Klum verheiratet. Und ja, jetzt gab es diese Netflix-Doku, die in Deutschland durchaus gut ankommt, aber international durchaus zerrissen wird. Und ich trage euch jetzt hier gleich mal so ein bisschen die Kritiken vor und sag euch, ob ich jetzt den Ganzen dort zustimme oder nicht. Denn ich muss sagen, so inhaltsleer, wie die Kritiker aus den USA und Großbritannien das betiteln, fand ich es nicht. Und warum werde ich hier mit euch hier durchgehen? Habt ihr die Serie vielleicht schon gesehen oder noch nicht? Wollt ihr sie noch sehen? Mögt ihr die beiden vielleicht auch gar nicht? Seid ihr Tokio-Hotel-Fans gewesen? Schreibt das gerne mal unten rein, um den Algorithmus so ein bisschen, ja, hier zu kitzeln. Und ihr könnt natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr Gossip und Co. gerne mögt. Ansonsten gehe ich jetzt hier mit euch mal eine Nachricht durch. Ich pinne euch den Artikel unten an. Und dann, ja, viele Kritiker wurden sich, das, wundern sich, muss ich verstehen, da steht wurden, dass Bill und Tom Cowlitz in Netflix eine umfangreiche Produktion gedreht haben. Während sie in Deutschland seit 2005 bekannt sind, hält sich die Berühmtheit in den USA an Grenzen. Die haben aber trotzdem dort auch gesagt, ja, sie haben ja gegen Miley Cyrus und Taylor Swift und Co. diesen Moonman-MTV-Award damals gewonnen. Und das war in der Tat so. Und die hatten immer eine krasse Fanbase, ja. Das muss man sagen, ja. Und das ist da auch immer so ein bisschen ein Thema. Aber sei es drum, auch der Punkt, dass Bill und Tom Cowlitz nicht mehr so erfolgreich sind, wie früher, stört die Kritiker. Ja, da gibt es, glaube ich, so einige auf Netflix, die nicht mehr so super erfolgreich sind und dann auf Netflix Filme drehen oder auf Netflix eine Doku bekommen. Das sind nicht immer alles Leute, die nur im Peak sind ihrer Karriere. Da sind auch durchaus Leute dabei, die vielleicht diesen Peak schon überschritten haben. So schreibt die britische Tageszeitung Telegraph. Die Dokumentation will nicht, dass wir das wahrhaben. Deswegen gibt es eine tragisch komische Episode, in der die Brüder sechs Bodyguards engagieren, um sie auf das Oktoberfest in München zu begleiten. Und ich glaube schon, wenn Bill und Tom Cowlitz über dieses Oktoberfest laufen, dass es durchaus eine Gefahr gibt und es durchaus nicht so verkehrt ist, die beiden mit einem Bodyguard zu unterstützen. Gerade auch ein Bill Cowlitz könnte dort schnell mal ein Bierglas abbekommen und Co., weil irgendjemand homophob ist oder besoffen oder einfach nur ein Schwein und ein Arschloch. Von daher hat er schon seine Berechtigung und warum der Telegraph da so zickig schreibt, kann ich nicht verstehen. Dann gibt es aber auch negatives Feedback. Kritiker vergleicht Cowlitz und Cowlitz mit den Kardashians. Ja, ist auch nicht so unerfolgreich. Zudem bezeichnet Telegraph die Doku als inhaltsleer. Auch das Portal Midgard Time stört sich am mangelhaften Bekanntheitsgrad. Der Tokio Hotel Stars in Amerika ohne ein großes Interesse an den Cowlitz-Willingen könnte sich die Dokumentation anfühlen, als ob man einfach die Leben von Promis aus der Ferne beobachtet, heißt es in der Rezension. Und ja, die sind hier durchaus ziemlich zickig. So Times kritisiert, dass in der Doku-Reihe zu wenig relevante Momente gibt. Auch gefühlte Aufnahmen bleiben aus. Ironisch merkte der Redakteur an, dass Netflix-Zuschauer immerhin den Brüdern dabei zusehen können, wie sie Frühstück zubereiten. Das Portal Dissider beschreibt die Cowlitz-Doku-Reihe als Standard-Reality-Sache und vergleicht sie mit der Show von der berühmten Kardashian-Familie insgesamt. Ein destruktives Urteil für die Brüder. Dabei kündigten Bill und Tom Cowlitz in ihrer Netflix-Doku noch groß an, dass es vielleicht sogar weitergehen könnte mit einer zweiten Staffel. Das endet quasi auch damit, dass es vielleicht noch eine zweite Staffel gibt. Tom ist da jetzt wohl ein bisschen verhaltener. Er, also Bill, sieht das ein bisschen anders und dann endet das quasi so im offenen Ende. Fakt ist aber, die Brüder gehen jetzt nicht mehr auf große Tour, weil Tom wohl lieber bei Heidi bleiben will und den Kindern, was ich auch verstehen kann, wenn man verheiratet ist und vielleicht auch sagt, Mensch, ich habe ja mein Geld gemacht und fertig. Ja, da muss man jetzt hier nicht noch großartig jetzt hier dauernd auf Tour gehen. Willst du gelten, mach dich selten. Könnte man auch so betiteln. Kommen wir jetzt erstmal aber auch zum Inhalt, ohne jetzt alles zu spoilern. Also, was sehen wir in der Sendung? Wir sehen durchaus Rückblicke in die erfolgreiche Tokio-Hotel-Zeit. Kommen Gustav und Georg in der Sendung vor? Georg häufiger, der hat auch so ein paar Sprechmomente, wo er dann auch mal gefragt wird und vor der Kamera sitzt und auch mal in der Sendung als Freund stattfindet. Und ich habe mich immer gefragt, Mensch, was ist mit Gustav? Also, der Trauma, der scheint ja immer ein bisschen ruhiger zu sein, aber ist der da gar nicht mehr irgendwie gefragt? Und ich habe dann doch irgendwie noch beruhigt ein schönes Ende dieser Sendung gesehen, denn in der achten letzten Folge kriegt Gustav sein Spotlight, der kocht für alle, der lädt die dann quasi an Weihnachten zu sich ein. und die sitzen dann dort, Gustav mit seiner Frau, der hat ja auch schon ein Kind und Georg hat anscheinend auch eine neue Liebschaft und Tom kommt ohne Heidi, die sehr wenig in der Sendung stattfindet. Also, Heidi kriegt man eigentlich gar nicht vor die Linse, außer wenn sie mal kurz ein paar Sachen sagt aus dem Off, da hat sie sich nochmal einen Tag Zeit genommen. Ansonsten findet die dort gar nicht statt und die Familie von Heidi und Tom auch gar nicht. Das kriegt man nicht zu sehen. Also, wenn das Leute jetzt deshalb einschalten, dann werdet ihr enttäuscht werden. Also, da kann ich auch ein bisschen die von Netflix oder die Leute, die vielleicht auch überlegen, machen wir jetzt noch eine zweite Staffel, auch verstehen die dann vielleicht sagen, weiß ich nicht, da fehlt uns vielleicht der Aufhänger. Also, ich glaube, mit Heidi wäre es ein bisschen erfolgreicher geworden, wenn man jetzt auch mal Leni ein bisschen mehr gesehen hätte und Co. Klar, Heidi und Halloween ist Thema, aber sie ist relativ wenig dort. Sie ist dann in diesen Off-Szenen mal, wenn sie mal irgendwie eine Frage gestellt bekommt, sagt sie mal was zu einer aktuellen Situation. Das macht sie schon, aber man sieht jetzt nicht die komplette Familie und das wäre deutlich spannender gewesen. Was kriegen wir aber zu sehen? Gustav kriegt seinen Moment, fand ich sehr schön, wohnt auch klasse. Keiner hat da Geldnot anscheinend, das fand ich auch schon mal gut. Wo es auch darum geht, um die Tokio-Hotelzeit und den Hype, die vielen Plattenverkäufe, die ganzen Preise, die sie gewonnen haben, die haben ja wirklich alles gewonnen, was man gewinnen konnte zu der Zeit. Mehr oder weniger, ich glaube, nur der Grammy fehlt. Sonst haben die wirklich alles von Echo bis MTV Awards und Co. bekommen. Und waren ja auch mit Nummer 1 Hits und Alben und Platin und Goldschallplatten sehr erfolgreich. Aber die letzten Jahre ist es natürlich dann so ein bisschen nach unten gegangen. Sie haben es ja mal noch bei Spotify 1,7 Millionen Hörer und können wahrscheinlich dadurch auch gut leben, ohne dass sie jetzt dauernd auf Tour gehen. Aber die Songs sind jetzt nicht mehr so hochgeschadet. Auch die Alben waren jetzt nicht mehr Gold gegangen und Platin. Von daher merkt man schon, da geht es nach unten. Allerdings sind sie im Fernsehen, zumindest die Zwillinge, sehr aktiv. Und Georg und Gustav leben zurückgezogen. Alle scheinen aber auch ausgesorgt zu haben. Fakt ist aber auch, dass Tom sagt, Mensch, die wurden damals in Knebelverträge festgehalten. Und das ist auch so Thema. Das ist auch Thema, dass Bill nie offen zugeben konnte, dass er schwul ist und auch immer das verneinen musste. Ich wusste auch die ganze Zeit nie so ganz, ist er jetzt bisexuell oder ist er wirklich schwul? Aber er scheint jetzt wirklich zu sagen, er ist homosexuell. Weil es geht jetzt wirklich auch nur noch darum, dass er Männer kennenlernen möchte. Ich denke, wenn man ihn jetzt so ein bisschen beobachtet, wirkt das auch offensichtlich. Aber es kann ja trotzdem mal sein, dass er dann vielleicht auch bisexuell ist. Aber es geht eigentlich dann wirklich nur noch um Männer. Und neben den Freundschaften, die man von den beiden dort kennt, da gibt es einen L.A. Paar, die quasi die Zieheltern von ihm sind, die dann so ein bisschen mit denen dort quatschen in der Bar und sich dann treffen. Das sind dann auch so Momente, die dann gezeigt werden. Man sieht, wie Bill den Führerschein in den USA noch mal macht, weil das, wenn man länger in den USA ist, wohl wichtig ist, wenn man jetzt nur ein bisschen kürzer dort ist. Jetzt habe ich mir auch fast irgendwie eine Schuppe raufgekratzt. Das ist ja peinlich, aber das lasse ich drin. Darum geht es auch, dass man nicht immer perfekt sein muss. Und es geht auch darum, dass im Prinzip die beiden dort schon ihre Freunde zeigen. Die Sarah, die sehr gute Freundin von Bill und Tom ist, aber hauptsächlich mit Bill, da um Männer kennenzulernen, dann quatscht. Und die ist da auch manchmal ein bisschen präsenter. Dann halt dieses L.A. Paar, was die quasi dann als Kinder damit aufgenommen hat quasi und denen dort gezeigt hat, wie das dann in L.A. funktioniert. Bill zu Hause ist zu sehen, also sein Haus mit dem Tonstudio. Hübsches Häuschen, was er dort hat. Und beide fahren auch schöne Autos. Also Tom in seinem Bentley. Also beide sind auch millionenschwer, das merkt man. Tom ist so ein bisschen zurückhaltender an der Sendung, macht sich sehr viel Sorgen um Bill, das kriegt man mit. Und warum macht er sich Sorgen? Ja, weil Bill anscheinend auf Arschlöcher steht. Und dann kommen wir zu Mark Eggers, den ich jetzt hier nicht mit Arschloch betiteln will, sondern Mark Eggers, ist er bisexuell? Oder was ist da jetzt? Er scheint irgendwie mit Bill Kaulitz wirklich längere Zeit, was gab zu haben. Zumindest wird das in der Sendung so dargestellt. Druckste aber auch immer so ein bisschen rum. Und ihm scheint es nicht so recht zu sein, dass er sein Privatleben dort so offen zeigt. Weil er geht ja auch eher so als Model und Womanizer. Und das wurde dort auch thematisiert. Er ist ja sehr krass auch angegangen von seiner Community, von wegen homophob und Co. Also sehr fürchterlich. Was da abging, als er dann mit Bill auf der Wiesn geknutscht hat. Und dann ging es auch darum, dass die dann eine Bildschlagzeile abbekommen haben. Und Bill hat das gar nicht gestört. Er hat dann aber gemerkt, oh Mist, was habe ich hier gemacht? Und das merkt man irgendwie auch die ganze Zeit, dass er da nicht so intuit ist wie Bill. Und das fand ich sehr schade für Bill, weil ich glaube, der sucht einfach nur einen Mann, der ihn liebt und wo er ihn auch liebt. Und der mit der ganzen Situation in der Öffentlichkeit auch gut umgehen kann. Und ich meine eigentlich, dass es da genug Männer geben müsste. Ich weiß aber auch nicht, ob Bill immer so einfach ist am Ende des Tages. Und er scheint halt vorzugsweise, das ist da auch Thema, eher auf heterosexuelle Typen zu stehen oder auf absolute Arschlöcher, die dann halt nur das kurze Vergnügen suchen und mit ihm da irgendwie Schindluder treiben. Und das ist auch ein großes Thema, dass Tom da sehr besorgt ist. Dann gehen die auch zum Traumdeuter oder einer Traumdeuterin. Und da sind auch so Dinge wie zum Beispiel, Tom scheint es noch zu wohnen, dass die Rechte an den alten Songs, die sehr erfolgreich waren, nicht unbedingt mehr haben. Oder blöde Knebelverträge dort hatten und da so ein bisschen traurig und sauer sind drüber. Und bei Bill ging das dann eher so ein bisschen ins Privatere. Ich möchte euch jetzt aber auch nicht alles spoilern. Fakt ist, ist das jetzt so inhaltsleer, wie es gesagt wird? Nein, man kriegt Tokio Hotel zumindest zum Teil. Ein Auftritt von denen. Man kriegt viele Einblicke von früher. Man kriegt Einblicke in das Seelenleben. Wie war das so für die bei Bill mehr als bei Tom, der so ein bisschen reservierter ist? Wir sehen keine Heidi. Ja, wir sehen auch keine Heidi mit Tom. Tom ist immer alleine und Heidi ist aus dem Off dann und spricht dann quasi über die beiden. Das ist so ein bisschen schade. Ein bisschen ist dann auch das Leben von beiden, wie sie reisen oder wo sie dann so sind, dokumentiert worden. Da hätte man aber, finde ich, noch so ein bisschen mehr Private Live machen können. Dennoch ist es nicht inhaltsleer. Man kriegt auf jeden Fall Einblicke in das Seelenleben, wie das sein muss als Frontsänger einer Teenie-Band, dass man sich da nicht outen darf, dass er da quasi das vorspielen musste, nicht schwul zu sein. Und das ist bestimmt dann auch nicht einfach, wenn du dann dich nicht ausleben kannst. Und diese Jahre fehlen ihm wohl auch so ein bisschen. Dann hat er Probleme, dort jemanden zu finden. Und das finde ich sehr schade, weil er da anscheinend in diesem Marc Eggers sehr verliebt war. Und er sagt dann zum Schluss der achten Folge auch, mal sehen, wie es mit Marc und Tom, mit Bill und Marc weitergeht. So nach dem Motto, er will wissen, wie es in der zweiten Staffel weitergeht. Also Humor hat er. Und Humor haben auch beide. Beide lachen auch sehr viel. Beide sind auch nicht verkrampft miteinander. Man merkt schon diese innige Beziehung. Auch die Mutter ist Thema. Also die Mutter kriegt auch ihre Momente. Auch Besuche in Deutschland. Also dieses Pendant zwischen Deutschland und L.A. ist Thema. Was hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt? Ich habe die Frage nicht so ganz, oder ich habe mich immer gefragt, was ist denn mit dem Vater von dem Bein? Ich weiß es nicht, ist der verstorben? Oder sind die Eltern getrennt? Oder haben die ein schlechtes Verhältnis? Oder will der da einfach nicht vorkommen? Das wurde gar nicht so großartig thematisiert. Also die Mutter hat einen neuen Partner. Der war dann auch bei dem Besuch der Zwillinge dann Thema. Sie haben viele alte Freundschaften anscheinend noch, mit denen sie auch Kontakt halten. Und über lange Zeit spricht er auch eher für die beiden als gegen die beiden. Innerhalb der Band ist das sehr familiär. Und ich fand es schön, dass Gustav seinen Moment bekommen hat mit diesem Weihnachtsessen. Weil ich fand es irgendwie schade. Ich habe gefragt, wo ist er denn? Ist der irgendwie so out of order? Oder haben die gesagt, ach, der ist nicht wichtig? Hätte ich schade gefunden. Und der hatte so seinen Kochmoment dort und hatte dann irgendwie so eine Folge, wo er so mal für zehn Minuten Thema war. Und dann hatte er quasi seine Cloud bekommen. Und das fand ich so ganz schön. Wie gesagt, ich fand die Serie sehr unterhaltsam. Ich würde mich freuen, wenn auch eine zweite Staffel kommt. Ich fand es cool. Also ich fand nicht, dass das inhaltsleer war. Oder ich fand auch nicht, dass die jetzt da drauf gepocht haben, dass sie jetzt die berühmtesten Menschen aller Zeiten sind. Das war alles immer mit ein bisschen Augenzwinkern. Und ich glaube, die beiden wissen auch, auch wenn sie dort immer betont haben, dass das ja das erfolgreichste Jahr war von denen, dass das jetzt nicht so mehr ist mit der Musik. Aber sie sind im Fernsehen aktiv mit The Voice, mit ihrer Show auf Netflix. Da gibt es auch massig an Geld. Und ich hoffe, die kriegen noch ihre zweite Staffel. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie vielleicht wirklich international nicht mehr das sind, was die Leute unbedingt sehen wollen. Aber sie haben eine große Fanbase. 1,7 Millionen Hörer. Wenn die das alle sich reinziehen, plus nochmal 2, 3 Millionen weltweit, dann reicht das vielleicht schon für eine zweite Staffel. Wir werden es sehen. Das soll es dann für heute hier gewesen sein. Mal so ein ungewöhnliches Talk-Video. Heute geht es jetzt hier nicht um Gossip. Nur heute ging es jetzt wirklich mal um so ein Gespräch, Nachgespräch. Ich hoffe, es interessiert einige. Und dann sehen wir uns schon morgen wieder zur täglichen Dosis Trash. Bis dann und ciao, ciao.